Der Kolumbianer Schon wieder Wirbel um Bayern Münchens James Rodriguez, beim gestrigen Training traf der Kolumbianer womöglich ein wenig später als ausgemacht an der Säbner Straße ein. Der Qual gibt es positiv Nachrichten von Jerome Buteng und Corantan Tolisso.Trainer Niko Kovac hatte das Training am Samstag auf 15 Uhr angesetzt. In der Regel müssen die Profis eine Stunde vor Trainingsbeginn vor Ort sein.James Rodriguez allerdings traf nach Informationen der Bild erst um 14. 17 Uhr an der Säbner Straße ein.Allerdings sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen, Bild weiß nämlich nicht, ob die Verspätung mit Kovac abgesprochen war. Schon am vergangenen Dienstag hat James beim Training gefehlt, und zwar Komplettpunkt.Der Leihspieler von Real Madrid habe von Kovac einen zusätzlichen freien Tag bekommen, teilte der Klub mit. Bereits im November war James einmal 8 Minuten zu spät aufgetaucht, ausgerechnet in der Vorbereitung auf das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. Kovac hatte damals auf Konsequenzen für den 27-Jährigen verzichtet.Damals saß James jedoch 90 Minuten auf der Bank, offiziell aus sportlichen Gründen. Die Beziehung zwischen Kovac und James gilt als Angespannpunkt.Beim Bundesliga-Auftakt in Hoffenheim kam der 66-fachen Nationalspieler als Joker nur in der Schlussphase zum Einsatz. Zuletzt forderte Kovac vom Mittelfeldspieler sogar öffentlich bessere Trainingsleistungen ein. Am Freitag erklärte Kovac, James ist ein Top-Fußballer, ein toller junger Punkt aber er muss sich auch im Training so anbieten, dass er spielt. Gegen den VfB Stuttgart am Sonntag wird James erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Positiv Nachrichten kommen dagegen von Jérôme Boateng, der nur einen Tag nach seiner Erkältungspause überraschend wieder mittrainierte, und Quarantin Tolisso. Der französische Weltmeister hat infolge seines Kreuzbandrisses im September 2018 den nächsten Schritt in seiner Reha gemacht. Mittlerweile kann der 24-Jährige beim Laufen sein komplettes Körpergewicht belasten. Ich denke, dass es realistisch ist, dass ich im März auf den Platz und zur Mannschaft zurückkehre, erklärte Quarantin Tolisso vor zwei Wochen gegenüber der BILD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017